Was arbeiten Sie? Ich bin der Diebin. Sie wollen, dass Ihre Tochter in die Notbetreuung gegeben wird? Du hältst deine Klappe. Ich will, dass sie sicher ist. Versprechen Sie, dass sie mir nicht weggenommen wird? Ich brauche das Geld. Ich brauche es für Kelly. Können Sie einen Job für mich erledigen? Einen Job? Ich meine es ernsthaft. Ja, ich weiß. Steht dir. Wie macht das Spaß? Habe ich recht? Ja, ich habe Spaß an der Arbeit. Ist doch kein Verbrechen. Wir sind ein sehr gutes Team. Wann darf ich nach Hause kommen? Dauert gar nicht mehr lange. Versprochen. Was Frauen wollen und was sie kriegen, sind verschiedene Dinge. Dass ich mir von einem Mann keine Befehle erteilen lasse. Willst du überhaupt, dass ich das hinkriege? Als Diebin oder Mutter? Wenn du versuchst, mich zu verarschen, werde ich dich töten. Deal. 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 Check. 처